Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Enderal, der Mad von Skyrim, die nicht so ist wie Skyrim. Und, ähm, da wir in der letzten Zeit, äh, hey! Sieht etwas shitty aus gerade. Ich weiß nicht, was gerade hier los ist. Aber. Äh. Es gibt jedoch schon. Geile Sachen. Und es ruckelt ziemlich stark. Dafür, dass ich die Encoder-Codierung nochmal umgestellt habe, ist das leider ziemlich heftig. Hm. Auf jeden Fall erstmal was essen. Kohl. Und. Ein Käse-Stück. So. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum. Aber, Mann, ruckelt das. Das ist aber heftig. Das ist heftig. Wir haben einen neuen Ort entdeckt. Oh. Oh. Boah. Ja. Leersalze. Mhm. Trockener Brunnenschaft. Ich würde sagen, da gehe ich... Wow. Geile Rackdoll-Effekte. Geile Rackdoll-Effekte. Ein Silberschwert. Ziehe ich die mal ab. Mal sagen. Standard-Genesungs-Tränke. Gut. Speichern. Und mal gucken, was hier drin ist. Oh. Hey. Aua. Na, komm. Oh. Ich würde sagen, ich brauche ein bisschen Lebensenergie. So ganz zufällig. Die hauen aber auch schon ganz schön rein. Geldbeutel. Geldbeutel. Ein Silberstahlbogen. Jetzt bin ich zu schwer. Okay, ich muss Objekte fallen lassen. Und zwar zum Beispiel die Runenschlacht. Angst. Ja. Na? Schade, aber die kann ich nicht mitnehmen. Hier ist nichts Und hier ist Eure Fähigkeiten reichen nicht aus Aber ich habe noch eine Gesellenrolle Nein Habe ich gar nicht Okay Dietriche Einzelteile Groschen Gift Kann man noch alles mitnehmen Nichts was die hier noch gebrauchen könnten Der Kampf war schon knapp Uah Ekelhaft Kann das vielleicht Daran liegen Dass ich das Gerade Die Berechnung auf 10 Bit umgestellt habe Oh Ich weiß es nicht Auf jeden Fall sieht es schrecklich aus Tut mir leid So Nachdüstertal Okay Dann Oh Oh Okay Çok l Weg hier, weg hier, ab wieder nach oben. Scheiße, hier geht es gar nicht nach oben. Ähm. Hä? Das ist gar nicht cool. Mana-Regenerations... Mana... Ich hab nicht genügend Mana. Hm, hm, hm. Mana-Tank einfach. Mana-Tank ranzig. Säk... So kann man das ganze auch machen Ich würde sagen Ich brauche dringend so ein Krüstenbrot Aktuell Sonst kann das ziemlich, ziemlich übel ausgehen hier Und Ich sollte vielleicht mal speichern Ja, jetzt funktioniert das Speichern auch wieder flüssig Batürenuhr Was die alles hier dabei haben Wieso muss man den Typen immer die Ohren abschneiden Münzhaufen Münzhaufen Ah Ich dachte schon, das wäre was Etwas mehr Aber es waren hier Oh Oh Hm Schlösser knacken Stärketrank Wasseratmung Wasseratmung Hier kann man sich schon einiges mitnehmen Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht Hey Hey Nicht abhauen Ja Das ist nicht Cool Das Ist aktuell auch nicht cool Nein Mist Mist Okay Gut Gut Nochmal Atürenohren abschneiden Einzelteile Atürenohren 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 Hi Der hatte noch ein Ohr dabei So Dann hatte ich hier meine Geld Deutel Dann hatte ich hier meine Tränke Hier meine paar Sachen Hier meine beiden Erze Genau Und hier kann ich dann auch mal Speichern So Ich glaube ich kann auch mal Mana Pilz essen Ist glaube ich ganz gut Gut Zack Und Und Bam So Speichern Speichern Wow Hallo Hey Aua Nicht cool Mist 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 Mist